33. Spieltag, zwei Wetten für den Endspurt an diesem Wochenende und wir haben noch einen Bonustipp aus der Premier League am Ende des Videos, also bleib bis zum Ende am Ball, damit du nichts verpasst. Ja, moin Freunde, viel los in den letzten Tagen, unser Podcast musste leider entfallen diese Woche, auch in diesem Video werde ich mich sehr kurz halten, aber ich wollte euch natürlich am vorletzten Spieltag nicht ohne Tipps ins Wochenende lassen, also geben wir mal direkt Vollgas, damit ihr an die Infos kommt. Ganz wichtig zu betonen an diesem Zeitpunkt der Saison ist die Konstellation in den Tabellen. Ich habe euch mal die erste und zweite Liga mitgebracht. Ihr müsst hier wirklich auf Zack sein, um zu wissen, für wen geht es noch um was, wie sind die Konstellationen, welches Team ist so ein bisschen in Cruise Control, lässt die Saison auslaufen, wer muss noch, wer will noch, wer will sich zeigen. Da gibt es ganz wichtige Faktoren. Viele Mannschaften sind nicht ganz so richtig zu greifen. Konzentriert euch wirklich auf Teams, wo ihr euch sicher seid, was ihr habt und dann kann da auch nichts schief gehen am Ende der Saison. Deswegen, das Simpelste, was ihr machen könnt, zwei Teams, für die es um was geht, da seid ihr dann auf der sicheren Seite. Deswegen natürlich Spielpläne scannen, Tabellen scannen, ein bisschen rumrechnen und dann läuft da auch nichts schief für euch. Ich mache es aus Zeitgründen, wie gesagt, diese Woche sehr simpel. Erste Bundesliga haben wir das Matchup Hoffenheim gegen Union Berlin. Hier geht es für beide um was. Hoffenheim braucht dringend Punkte noch im Abstiegskampf. Union, die sind oben dran. Champions League, Europa League, die Plätze sind hart umkämpft. Beide brauchen Punkte. Somit ein sehr simples Matchup, wo man nicht viel falsch machen kann, was die Motivation angeht. In der zweiten Bundesliga ähnlich. Nürnberg spielt zu Hause und braucht noch dringend die letzten Punkte, um den Abstiegsrang zu vermeiden. Und die haben Rostock zu Gast. Rostock konnte sich ein bisschen wegschieben, vier Punkte vor jetzt, vor dem Relegationsplatz. Aber die sind auch noch nicht zu 100% rechnerisch durch und somit auch hier ein schönes Matchup, wo man davon ausgehen kann, dass beide sich reinhängen werden. Diese beiden Matches gehen wir an und ich gehe direkt in die Tipps. Hoffenheim schießt keine zwei Tore gegen Union Berlin, gebe ich euch zu einer 1,60 raus. Das hat einfach hier einen Matchup-Grund. Beide könnten hier wahrscheinlich mit einem Punkt leben, je nachdem, wie das Spiel läuft. Hoffenheim hat große Probleme, wenn sie zu 100% das Spiel machen müssen gegen eine tiefstehende, gut verteidigende Mannschaft wie Union Berlin. Sie haben große Probleme in der Chancenverwertung. Sie haben keinen 100%ig cleanen Stürmerfond drin. Spieler wie Bebu brauchen einfach viel zu viele Chancen. Und da auf zwei Tore zu kommen, wenn Union auswärts erstmal darauf bedacht sein wird, hier mindestens mal einen Punkt mitzunehmen, wird sehr, sehr schwierig für Hoffenheim. Von daher unter 1,5 Tore hier unser Tipp. Und bei Nürnberg gegen Rostock hier glasklare Underwetter. Also vor einigen Wochen wäre das noch eine Max-Bett-Fast gewesen. Nürnberg hat das ganze Jahr über Riesenprobleme gehabt, Tore zu erzielen und rauszuspielen, genau wie Rostock. Bei beiden ist die Tendenz in den letzten Wochen ein bisschen hochgegangen, was das anging. Und es geht hier auch um sehr viel. Sollte eine der beiden Mannschaften sehr früh im Rückstand geraten, könnte das ein durchaus offeneres Spiel werden. Und wie gesagt, in den letzten Wochen bei den beiden, was das herausspielende Chancen angeht, ein bisschen die Tendenz nach oben. Nichtsdestotrotz, wenn man die gesamte Saison betrachtet und dass es hier um richtig viel geht, erwarte ich hier ein sehr intensives Spiel. Rostock eigentlich auswärts, offensiv komplett Katastrophe. Ich denke, die werden hier auf jeden Fall erstmal versuchen, einen Punkt mitzunehmen. Nürnberg, wenn sie das Spiel machen müssen, auch nicht einfach für sie. Ist ein klassischer Abstiegskracher hier. Und unter 2,5 Tore auch eine gute Wette. Beides keine riesen Dinger. Vorletzter Spieltag, man findet nicht mehr sehr viel. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mit zwei Wetten ins Wochenende lassen. An den letzten beiden Spieltagen sehr, sehr wichtig. Da kommt es auf Aufstellungen drauf an, auf Konstellationen. Es kann sich ergeben, dass am Samstag Ergebnisse zustande kommen, die dann am Sonntag quasi Teams dazu bringen, viel mehr Vollgas geben zu müssen. Oder es geht für sie auf einmal um gar nichts mehr. Das kann einen riesen Unterschied machen. Deswegen wird es viele kurzfristige Wetten geben. Wenn du nichts verpassen willst, join gerne in unsere Free-Telegram-Gruppe unter dem Video. Hast du Fragen zum aktuellen Spieltag, zu deiner Lieblingsmannschaft, zu Sportwettenanalysefragen, zu alles, was inhaltlich ist? Es ist ganz egal. Alles, was du schon mal wissen wolltest ums Thema Sportwetten rum, hau es in die Kommentare. Hashtag fragbilly vor. Dann sammeln wir diese Fragen. Es wird bald die Saison enden und dann werden wir auf jeden Fall Frage-Antwort-Videos machen, wo ich jedem, der hier eine Frage stellt, dann auf jeden Fall Antworten liefern werde. Und also, wenn du irgendeine Frage an mich hast, hau es in die Kommentare. Das Tippspiel ist natürlich auch wieder am Start. Ihr kennt die Regeln. Ich habe euch die Matches auf den Screen gehauen. Ihr kennt den Ablauf. Ich wünsche jedem Teilnehmer viel Erfolg. In der Auswertung von der letzten Woche haben wir das aktuelle Sportwetter. Als Gewinner, ich gratuliere dir recht herzlich. Lass uns bitte in die E-Mail zu kommen mit einem kurzen Beweis, dass es sich um deinen Account handelt. Und dann lassen wir dir auch deine PaySafe-Card zukommen. Und zu guter Letzt jetzt noch der Bonus-Tipp aus der Premier League. Hier gebe ich euch die über 2,5 Tore von West Ham gegen Leeds. Leeds ist ein absolutes Overteam. Seit ganz vielen Wochen unendlich Tore fallen, wenn Leeds antritt in beide Richtungen. Sind deswegen auch in akuter Abstiegsgefahr. Mittlerweile die Tendenz leicht nach oben mit dem Feuerwehrcoach. Aber Leeds braucht hier dringend Punkte. West Ham kann das locker angehen. Die sind quasi durch mit der Saison. Haben sich am Donnerstag noch qualifiziert fürs Finale in der Conference League. Die Beine werden ein bisschen müder sein. Sie werden ein bisschen rotieren. Aber die können das easy angehen zu Hause. Und ich erwarte hier durchaus mehr als zwei Tore. Wenn Leeds an den Start geht, dann ist immer mit Toren zu rechnen. Und somit hier noch unser Top-Tipp aus der Premier League für die Woche. Wie gesagt, bei Telegram gibt es noch mehr Wetten. Joint unbedingt rein. Ich höre euch nächste Woche wieder ausführlicher. Bis dahin, viel Erfolg. Ciao.